Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von WunsterSkiller hier zurück zu Minecraft Session Season Nummer 1 und ja, ich bin hier am Obsidian Farm und so. Jetzt muss ich vorsichtig sein, wo hier Lava ist. Okay, also wie ihr schon hören könnt, Loris, Mann, Junge, Loris und Knut sind dabei und ja, so. So, ich bin, wie gesagt, am Obsidian Farm, damit wir heute eventuell in den Eta können. Ich guck mal, wie viel ich, also ich guck gleich mal, wie viel ich hab. Ich müsste eigentlich genügend haben, oder? Ich weiß nicht, naja. Wie hast du die rausgenommen? Ich hab mir sieben rausgenommen. Neun. Ich glaub, ich brauch eins noch oder so. Nein. Nein. Das war's mit der Diamantische Tacke. Werde ja? Oh. Was? Alter, nein. Oh mein Gott, Alter. Oh, und meine ganze Tacke geben wollen. Oh, wie kann das denn sein, Alter? Oh, neun Obsidian, ey, Mann, das ist... Ey, Mann. Ey, scheiß auf die Obsidian, das ist ne Diamantspitzung. Mann, ja, die hat drei Diamanten gekostet, Alter. Ja, sind ja nur drei, ne? Ja. Wir haben doch jetzt genügend. Egal, egal. Oh, Mann, ey, das ist doch so ein Witz, ganz ehrlich. Nein, man kann nie genug haben. Ja, trotzdem. Ja, neun Zeug. Oh, Mann. Ganz schnell Lappen, Luca. Geh mal mal schnell eine Diamantspitzung, Lor. Lor, geh mal mal eine Diamantspitzung. Nein, Mann. Doch. Oh, ey, das ist so ein Witz. Ja, aber wie viele haben wir denn jetzt noch? Bei euch sind zehn, bei mir sind... Zehn. Ja, aber bei mir sind zwei oder vier. Ich glaub, vier noch, oder? Hoffentlich für dich. Hä, Junge, was willst du denn, Alter? Das ist jetzt gar nicht ne Schelle. Oh, das ist meine Schere kaputt gegangen. Aber sonst hatte ich, glaub ich, nichts dabei. Oh, Mann. Ey, das gibt gleich wieder so ne Schelle, Lor, ey. Ohne Witz. Oh, ich hatte da noch ne Schere. Und, Mann. Ey, das ist so ein Scheiß. Wie hast du die denn genommen, Junge? Ich hab mir sieben genommen. Hast du nicht? Hast du mehr genommen? Lor, hast du drei Eisen für den Commander? Nein, nein, ich nicht. Ja, explodiert einfach, Creeper. Äh, ich war ja nicht zwei Meter von hier entfernt. Ich brauch wirklich, ich gab das alles selber. Ja, ja, alles mal. Oh, Mann, jetzt darf ich es nicht. Ey, das ist so ein Scheiß. Ey, das ist so ein Scheiß. Brauchst du noch rot oder so? Rot-blau? Brauchst du das oder nicht? Ja, du Scheiß, Mann. Brauchst du pink oder so? Ne, Gott nicht. Brauchst du Weiß? Ja. Warte. Luca, kannst du mal bitte, ähm, ne Rings-Farm? Was? Bauen jetzt Eisen, äh, nicht Eisen. Ne Eisen-Farm? Ne Junge, das würde ja so geil sein. Ja, was soll ich fahren? Äh, ne Weizen-Farm. Ja, hab ich. Die ist neben deiner Kartoffelfarm ungefähr. Bisschen breiter als deine, glaub ich, sogar. Oh, nein, sie gehen raus. Oh, ne, doch nicht gut. Pink, Tonnei noch. Oh, Mann, ey, wie kann ich denn abkrüppeln, Alter? Das ist doch so ein schlechter Witz einfach nur gewesen. Alter, Lord, es gibt morgen so eine Schelle oder übermorgen oder überübermorgen. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen gar nichts mehr. Essen haben wir, Ausrüstung brauchen wir noch ein bisschen. Oh, ey. Ausrüstung, Alter, wir brauchen mehr Eisen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das gibt's aber leider nicht im Neta. Aber ich glaub, der erreicht einen Höhlenbesuch, ohne dass wir sterben. Damit wir ein bisschen Dings bekommen. So, fünf hab ich jetzt bereits. Ist da drunter Lava? Ne, ist das gut. Oh, Mann. Knut, wo bist du, du? Alter, dein Ding sieht schon ziemlich krass aus. Also nicht dein echtes Anderen. Ach, Loris, ey. Wo bist du denn? Hier oben. Alter, es ist aber echt ziemlich krass. Ja, das stimmt, das hattest du genauso. Loris, gib mir einen Eimer. Kann mir jemand einen Eimer leihen? Nein, kann ich nicht. Marki kann aber. Weil Marki geil ist. So, Knut, hier. Knut, da hast du ein bisschen was. Was ist denn, was das wollen? Boah, ich baue jetzt gleich noch mal. Ähm, Lukas. Hey, Loris, warte mal kurz, warte mal kurz. Hey, warum? Junge nervt mich. Hey, warum? Junge nervt mich. Hey, du hast doch oft deinem Brustpanzer so eine Verzauberung, oder? Ja, ach nee. Ja, und warum? Schütz eins, Alter. Ach so, Schütz, ne? Ich hab keinen Scham. Ey, Marge, hast du Eisen? Hast du einen Eimer dabei zufällig? Ein Eimer, ja, mit Wasser. Kannst du mir runterwerfen, kurz? Ach so. Hey, komm her, Luca. Wo bist du? Ja, hier, hier, hier. Hier, ich hab runtergeschmissen, liegt da hinten. Ja, danke. Ja, egal. Das ist zwar Waylo, aber egal. Gerade gewesen. Wo ist er? Ja, ey, sammelt mal deinem Main noch kurz ein. Hab ich, ja, ich hab, ich hab. Ach so. Ach so, da vorne, okay. Ey, was los für euch, oder? So. Ey, was soll's bei uns los sein? So. Äh, Knut, ich nehm mir mal ein bisschen Holz von dir. Mach das. Ein bisschen alles. Wack es nicht los. Spaß. Nein, ich baue jetzt die... Ey, das ist mit den Schafen nochmal richtig groß. Mach das. Irgendwann geht die Mucke aber auch ganz schön auf den Sack. Naja, geht. Geht. Ey, wie macht man einen Klappenspieler? Keine Ahnung. Hä, kannst du doch nachgucken, Alter. Kannst du nachgucken. Das ist einfach einer der größten Vorteile bei Minecraft PS4 Edition. Finde ich. Äh. Gut. Heiliger. Das Problem ist einfach nur, das immer zu finden. Aber könnte denn das sein, hier, denke ich, mal. Platten-Spieler ist, glaube ich, ganz hinten oder so. Die bei Mechanismen, denke ich mal, oder? Nein, oder? Ja, kann sein, man, Dig, ist so nicht schwer, danach zu gucken. Druckplatte, Dispenser. Ja, das ist das finde... Na, junge Neff war nicht, Alter. Nein, das geht auch nur sack ein bisschen. Oder wenn wir uns sehr mit Slam haben, Alter. Ja, das ist gut, weil dann können wir die Kühe schlachten und dann haben wir direkt... Ja, genau. Das ist verdammt, geil. Was, wenn wir was haben? Wenn wir Flameschwert haben, also Flammschwert. Dann verbremst du die Kühe direkt. Ja. Hast gebratenes Fleisch. Das ist feierlich. Ey, wo soll ich das Neta-Portal hinbauen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das nie gedacht, dass Knut's... Was, jenes? Ja, so groß wird, oder? So, ja, mit der ganzen Wolle. Ich habe das nie gedacht, Alter. Naja, hä, soll ich das jetzt in meinen Keller bauen, oder irgendwo anders hin? Weil eigentlich darf es nicht an der Oberfläche stehen, weil sonst kommen da die ganze Zeit diese Pigments raus. Wo soll ich das jetzt hinbauen? Lass sie mal irgendwann angreifen. Ja, okay. Also soll ich jetzt in meinen Keller bauen? Mach doch. Hey, los, gib mir mal die Wolle, die du gerade gefarmt hast. Also die weiß auf jeden Fall. Mach ich. Hey, mach ich jetzt zum Fogel. Hallo, Hundi. Danke sehr. Bitte. So. So. Zack, zack. Zack, zack. Oh, fuck. Zack, zack. Das ist mal so ein Ding in den Abgrund. Aber ich will irgendwie nicht, dass man es da oben dann hört. So, mich hätte irgendjemand von den Neuligen wird sich da locker runterbauen. Wo? Denken sie ja, in diesem E-Mail-Bremen. Nein. Oh. Ach, zähl mir nix, äh, kacke. Na, war aber eigentlich klar, was die verlieren. Weil die sind nicht gut drauf. Geht. Die Harter. Du bist hart, ich bin härter. Ha! Oh. Blut ist nicht gut gelaunt. Ich glaube, das Mund hat ihn nicht geradeaus. Ist doch so, Alter. Hören die doch ein... Jetzt fasselt er gleich aus. Ja, wenn sie ihm schreibt. Oh, Mann, ey. Hat doch keiner. Er ist doch im Urlaub. Ah, okay. Hat er doch gar nicht. Okay, Leute. Neta-Portal steht. Gut. Feuerzeug brauche ich noch schneller. Aber was auch ganz geil wäre... Oh, Junge, doch. Ähm. Probier mal. Wir müssen uns ja... Ne, wir müssen uns nochmal eine Diamantspitzacke machen. Was? Ne, wir haben eine. Okay, weil... Lass mal alle ein Diamantschwert machen. Ja. Ah, warte, ich wollte noch gucken, wie viele Diamanten ich bei mir habe. Bei mir habe ich noch... Also, ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen. Ja, ich habe bei mir noch vier. Das ist okay. Ja, okay. Jeder macht sich eins. Ja. Aber erst mal saven, oder? Ja. Ja, naja, wenn man jetzt in Neta geht, ich weiß nicht. Also, ich würde es nicht mitnehmen. Ich gucke mal kurz, was meine Farms macht. Ich glaube, die ist nämlich... Die müsste jetzt doch langsam, ne? Du, machst du mir ein Diamantschwert? Und verzaubert mal die Diamantpickaxe auf Level 30. Wenn wir da Glück drauf bekommen, ne? Alter. Ja, okay. Los, kann ich mir ein paar Kartoffeln nehmen? Ja, ist von der Farm? Nee, nein, nein, von dir. Ja, nimm dir. Danke. Oh, zu... Ey, ich habe Kartoffeln da drin. Irgendwann wirst du Kartoffeln. Ey, Lora, ich habe dir auch eins gemacht. Ich lege es in meine Truhe. Ja, mach das. Meins nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, okay, aber wir müssen mal probieren, einen auf Glück zu verzaubern. Ja, hast du irgendwo... Oh Gott, 8 Level. Hat jemand Flint in Stil also Feuerzeug? Das ist nicht mal. Ja, warte. Ja, komm her, gib mir mal das Feuerzeug, bitte. Ich habe, glaube ich, Flint. Ja, Flint habe ich auch, aber... Aber ich müsste jetzt nach Hause laufen, dafür. Ja, warte, ich mache kurz eins. Ein Feuerzeug. Ja? Oh, jetzt habe ich das hier an die Scheiß-Tore gemacht. Okay. Morgen... Nein! Oh, nein, Alter. Ich dachte, sie kommen raus, aber sie backen sich nur wiederum. Digga, du hast... Achso, ja, eins ist für Lore. Hey, als ob ihr... Ah, okay, ja doch. Ja, doch kommt hin. Was? Ne, nichts. Ne, ja, stimmt. Ich habe noch... Das ist ein anderes. Ja, deshalb. Ich bräuchte aber noch Nahrung irgendwie. Lore! hat ja ist schon nicht aber ich könnte euch mal ein paar kartoffeln immer kurz ist für sich schnell marki marki verzeichen bitte leg einfach nur ich habe noch 14 gebranntes steak wirf einfach vor dich was du kannst du mir auch feuerzeugt nicht anbrennen nein ich mache die aufnahme statt kann ich schütze können wir können es ja gemein da machen hier lores da liegt ein ich sag sie nicht im keller von luca nein das ist eben nicht weil sonst würde ich jetzt die ganze zeit hören wenn ich hier bin ja ich lukas beurte anzünden mach mal wird das ist ein lukas keller ne ist so nicht warum sollte es hier sein an knut hier ist es die scheißlappe kommt her so ein vogel knut kommt hier nicht rein shotgun man aber hier die tür knut kommen durch die andere tür was willst du denn er greift mich ja wohl ja wohl ich bringe ihn um nein wenn du ihn angreifst bist du tot aber du hast keine rüstung weil du mich geschlagen hast ja ich hab voll full diamant rüstung was machst du dann lass es doch einfach das sieht doch episch aus junger mach einmal feuerzeug was macht marke denn mach ich geh nicht rein ohne rüstung okay luca los nach warten oh nein okay ja geil hier ist was von der festung ich brauch mal ein bisschen eisen ich geh auch noch mal rein aber ich ich komm auch für die warzen warzen wir haben hier direkt das feste alter geil geht ja voll schnell hä hier ist einfach alles wir haben hier einfach alles was wir brauchen alter was ist das geuner da oben ja das ist doch gut das ist doch gut wie das geuner da kriegen ja ein knut was junger knut kill die kill die da oben kill die da oben digga so welche findet man richtig selten und von denen kriegen wir das damit wir diesen wither dings beschwören können kill die mal ohne witz ja aber die machen so viel schaden ja du hast ein komm du hast ein dierschwertiger ja junge man das schaffst du ganz locker das schafft man ja du musst aufpassen dass du nicht runterfällst moris komm du auch mit wo bist du nein ich baue kurz den glowstone ab ja komm marki schaffst du komm oh er kommt er kommt auf mich zu komm 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 er schlagt den kaputt yes ah nein er hat keinen kopf gedroppt er hat keinen kopf gedroppt schade und wenn man so welche findet wenn man die killt geben manche halt so einen kopf und wenn wir drei köpfe haben dann können wir halt so richtig geil skilln ob passt auf die lava auf weiter nee da lauf ich rein ey snipe mich nicht an du Hurensohn oh das ist eine lore fick die hände loris ja der hat nichts oder ich weiß nee nicht so dass hier ist ein ghast ey da ist ein wither skelett da ist ein wither skelett ich geh an maki komm mal her komm mal her schnell 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 maki 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 oh fuck da ist noch eins du musst hoch irgendwie du musst irgendwie hochkommen du bist jetzt der ghast ich hab ne äh ein lorendingsbums ja komm her maki du musst mal hochkommen man findet nicht so oft realer skelette ja hier unten ist auch eins gewesen ja komm mal schnell die folge ist auch eh bald oh mein gott wo bist du denn hier oben du musst hochkommen ja ja hä willst du mich verarschen ach da oben aber pass auf da brennst und da ist ein ghast aber du musst einfach das wither skelett killen ich lenke den dings huh und so ab oh kacke wo ist denn der hier hier alter digga hier hier kill den da unten ist noch einer komm kill den schnell kill den kill den kill den kill den kill den kill den nein ist das ok nein wir haben keinen aber da unten war noch einer da unten war noch einer marge hier unten hier unten pass auf da kommt so ein ball ich habe alles leben nein ich bin ernst hier unten hier unten ist einer marge warte junge mann hier ist direkt alter und der blaze kann ich jetzt nicht hingehen hier sind blaze noch scheiße habt ihr habt die koppels koppels sondern dabei nur ein bisschen man da sind solche scheiß viecher genauer an unserem komm aki holen wir holen wir gerade ich habe noch nicht voll was denn lore was für dinge solche lore die sind genau in unserem portal kann scheiße hinter hast du ihn ja hast du einen kopf weh nicht ne ne kacke aber egal ist am anfang ok leute wir hoffen die folge hat euch gefallen in der nächsten folge gibt es weitere nether action und ja bis dahin haut rein lasst konstruktive kritik da adios